Ein Ford Transit Conduct mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 116 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,9 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte aus 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 L